Pure Entspannung Da es eine entspannte Zugfahrt werden soll, geht sie als Daipa-Lover natürlich nur gewindelt auf die lange Reise. Dabei genießt sie ihr herrliches, watteweiches Privileg, es unterwegs einfach laufen lassen zu können, insbesondere als eine Mitreisende dringendst pinkeln muss, mit peinlichen Folgen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de